Hier ist der Notruf Feuerwehr Rettungsdienst, grüß Gott, ein Verkehrsunfall, ja, wo ist der bitte? Begnitz, Nürnberger Straße, Höhe der Hausnummer, jawohl, 26, verstanden, sind da mehrere Fahrzeuge, nur ein Fahrzeug, ein Fahrzeug auf die Insel, jawohl, wie viele Personen sind denn da im Auto? So, einer, zwei, einmal, einmal leicht verletzt, ist in Ordnung, ich schicke einen Rettungsdienst und Feuerwehr vorbei. Hier Leitschle Bayreuth, Alarm für den Flora Begnitz, Flora Begnitz, Zürgenseehaus, Begnitz, Nürnberger Straße, Höhe der Hausnummer, 26, VU, auslaufende Betriebsstoffe, Alarm für den Flora Begnitz, 40, 1, für den Flora Begnitz, 61, 1. Ich wiederhole Begnitz, Nürnberger Straße, Höhe der Hausnummer, 26, VU, auslaufende Kraft- und Betriebsstoffe, Alarm für den Flora Begnitz, hier Leitschle Bayreuth, Ende. Es sind da Personen im Gebäude, brauchen Sie Drehleiter zur Personenrettung, Feuerwehr ist unterwegs, hier. Brand, Werkstatt, Verlern, Degungsverziehung, Jawohl, verstanden, Ende Leitschle. Wir haben eine Rauchentwicklung im Peak, da sind nur noch Personen drin. Wir werden direkt mit dem Haus. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018